Wenn ich verliere, dann verlose ich Ränge auf meinsucht.net, Leute. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video, und zwar dem Dev. Ich wollte gerade YouTuber, aber es heißt ja Dev fürs Zuschauer, Leute. Ich weiß, ich weiß, es heißt Dev fürs Zuschauer. Natürlich, weil ich bin hier natürlich auch der krasse Dev. Auf jeden Fall Eigenlob, auf jeden Fall einmal auf die Schulter klopfen. Dankeschön, reicht auch. Ja, Leute, und zwar habe ich mir gedacht, für die Folge heute, wenn ich heute verliere, Leute, dann werde ich auf jeden Fall etwas verlosen. Und dafür gehen wir mal in den Teamspeak, und zwar blende ich euch das mal kurz ein. Ist hier jemand noch? Der heißt Flirksbindplatz8 in Bad Wars. Und deswegen würde ich sagen, move wir den einfach mal und fragen, ob er Bock hat, Leute. Hast du Bock? User was moved to your channel. Hallo, hast du Bock auf eine Runde Dev fürs Zuschauer hier? Ja, klar. Hi, und zwar ist es eine Special-Runde heute. Jetzt ist nämlich noch mehr Druck auf dir. Also ich dachte mir so heute so, komm, das ist nicht nur eine Malrunde, sondern heute verlose ich was an die Zuschauer, wenn ich verliere. Das heißt, du kämpfst heute für die Flirks-Army und ja, musst mich besiegen. Ähm, und ja, was sagst du dazu? Denkst du, schaffst du? Ähm, ja, ich hoffe mal. Das Problem ist, ich bin nämlich nicht so gut eingespielt, muss ich sagen. Ich auch, nicht so ganz. Mal gucken, wie das wird, aber gegen Platz 8, das wird schon... Also Leute, seid mir nicht böse, aber gegen Platz 8 muss ich... Okay. Leute, seid mir nicht böse, wenn ich gegen den Platz 8 heute mit allem spielen muss. Also sei es Angel oder so. Okay, mit Angel spiel ich nicht, weil Angel ist... Bitte, ohne, bitte ohne. Also wer mit Angel spielt, Leute. Angel ist echt... Das ist Abgeniveau, Leute. Alles klar. Okay. Ähm, ja, wie heißt denn du Ingame? Äh, Rotz.etn. Warte kurz. Ich nenn mich kurz so. Und auf welche Map hast du denn Bock? Ähm... Keine Ahnung, entscheide du. Okay, hm. Da bin ich... Das ist jetzt mir schon... Ach komm, nehmen wir mal Beach. Das hört sich cool an. Leute, es ist Sommer draußen. Vielleicht regnet es mittlerweile auch wieder, aber es ist Sommer draußen, wo ich das gerade aufnehme und, äh, ja. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal Beach nehmen. Ich hoffe, das ist nicht die... Ist das die Map, die ich denke? Naja, Marco. Ja, ich glaub schon. Also Leute, ich blende euch auf jeden Fall, wenn ich verlieren sollte, am Ende des Videos ein, äh, welche Ränge ich, ähm, verlose. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist, äh, quasi, ähm, Abonnent des Channels zu sein und einen Kommentar zu schreiben. Und es wäre mega cool, wenn ihr natürlich einen Daumen nach oben da lässt oder, äh, die Glocke aktiviert oder einfach beides tut. Äh, nur... Leute, das kann ich euch gerade mal sagen zu den ganzen Gewinnspielen, wo die YouTuber immer sagen, ihr müsst das Video liken und ihr müsst die Glocke aktivieren und so ein Zeugs. Es stimmt einfach nicht. Ist halt einfach Realtalk. Es stimmt nicht. Ihr müsst es nicht tun. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist wirklich abonnieren, ähm, und, äh, demjenigen halt einen Kommentar schreiben, weil das beides kann man überprüfen rein theoretisch und, ähm, ja, das, äh, Video liken und so kann man halt schlecht überprüfen, außer derjenige hat das, äh, öffentlich. Das kommt halt immer so drauf an. Aber ja. Oh, warst du bestimmt in der Mitte? Ja, ja. Alter, ich würde mal sagen, ich glaube, das wird eine, ähm, eine, äh, kurze Folge. Oh Gott, Alter, ich muss mein Bett einbauen, weil du rennst hier eh so rein. Und dann ist mein Bett weg. Ich kann, oh mein Gott. Ich warte ein bisschen runtergeflogen. Ja, okay, gut. Dann habe ich wenigstens noch ein paar Sekunden zum Leben. Wer weiß. Ja, ja, wer weiß. Ich bin hier auch wieder in der Mitte. Nein, du bist nicht in der Mitte. Okay, du bist wahrscheinlich schon in der Mitte. Warum bist du auch schon so hoch? Wie kann man so schnell sein? Was ist denn mit Fast Bridgen? Ja, Fast Bridgen kann ich auch. Aber das ist nicht auch zu viel. Guck mal, du musst, du musst jetzt schon fair sein und einfach wieder runterfallen. Und nicht da oben stalken. Gott, Leute. Hier müsste er jetzt eigentlich für ihn fiebern, aber ich werde, ich werde das auf jeden Fall nicht leicht machen. Ich will euch die Ränge natürlich geben, aber trotzdem am Ende sind es halt trotzdem Ränge, die was wert sind. Och, jetzt niekt er da oben. Was kann man denn mit Eisen so tolles kaufen? Nichts Gutes. Doch, alles Tolles kann man damit kaufen. Oh mein Gott. Ein Ende schwitzen. Warum habe ich jetzt drei Kisten? Auch gut. Drei Kisten gekauft. Oh mein. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie du das Bett eingebaut hast. Ach, ich habe das Bett natürlich super eingebaut. Also, ich nehme mal professioneller Betteneinbau. Hi. Nein, 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 nein. Oh Gott, wenn du mich jetzt noch rausgehetet hättest, Alter, dann wäre er vorbei. Okay. Okay, Leute. Okay, das ist jetzt mein Zug, weil er braucht zwar ein bisschen, bis er in der Mitte ist, weil, ich meine, außer er hat jetzt Speedhack, das wäre natürlich, aber trotzdem ist er schnell in der Mitte, aber müssen wir trotzdem beachten. Hi. Na, äh, wie konntest du so schnell Equip haben? Leute. Hilfe. Das wird eine schnelle Runde. sag's euch. Ja, Hitte, ja, ja, ja. Kann ich auch mal zum, jetzt. Ja. wenigstens habe ich den MMG geschafft. Oh mein Gott. Nein, du hast überlebt. Zu, 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 zu. Ja, wenigstens gehittet habe ich dich besser. Oh mein Gott. Ich komme nicht mehr auf mein Leben klar, Leute. Okay. Okay. Okay, jetzt müssen wir mal zum Angriff gehen. Ah. Nein. Lass es bitte. Hey, ich komme doch nicht. Sobald du, sobald ich, äh, in der Mitte bist. Ja. Sobald ich in der Mitte bin. Bin ich schon bei dir. Kaufen wir uns das, Leute? Sollen wir uns das kaufen? Bin mir nicht so sicher. Denkst du, ich seh dich nicht? Ich seh dich nicht. Okay, dann machen wir den. Oh Gott, Leute. Scheiße. Okay. Wir machen den Bettenaustausch, Leute. Ihr kennt ihn alle. Ihr kennt ihn alle. Jetzt ist natürlich die Frage, was, was, was jetzt, der nächste Zug ist, Leute. Erstmal kaufe ich mir jetzt ein paar Kekse. Kann man sich hier Kekse kaufen? So kennt man nicht. Kekse. Okay, ich habe Kekse, Leute. Jetzt sieht es auf jeden Fall, jetzt kannst du eigentlich nur noch verlieren. Oh Gott. Bitte, bitte kein Angel. Ich habe doch gesagt, mit Angel spielen ist es low. Oh nein. Auch kein Best-Sill-Porter. Nein. Go Whip. Ja, go Whip. Ja. Ich bin Gott, ich bin Gott. Ja. Ich hab gewonnen. Ja. Dieser Todesschrei am Ende, Leute. Ich weiß, dass dieses Video wieder komplett cringy ist und was weiß ich. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare rein, damit ich es nochmal weiß. Alter Rozi, den Platz 8 hast du dir auf jeden Fall verdient. Ich konnte dich auf jeden Fall jetzt einschätzen, aber ich glaube gibt es so einen großen Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 100. Wer ist denn gerade Platz 1? Ich hab keine Ahnung. Aber gibt es da so krasse Unterschiede? Meistens schon, manchmal nicht, weil es gibt halt Top 10 Spieler, die pushen halt mit Alts, also halt die boosten ihre Stats und dann schaffen die es halt easy. Ja, keine Ahnung, aber ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Ihr seht jetzt eingeblendet, welche Sachen ich verlose, weil ich das noch nicht genau weiß. Ich mach mit. Wahrscheinlich werde ich vielleicht ein, zwei Regeln von Meise bekommen, vielleicht werde ich noch einen dazulegen von mir aus, also von meinem Geld. Ihr müsst halt wissen, vieles davon muss ich halt selber, hier selber bezahlen, beziehungsweise selber, weil ich halt nicht der Server-Oner bin. Ja, Leute, wenn ihr es noch nicht, mir noch nicht auf Twitch gefolgt habt, wo ich vielleicht bald mehr streamen werde, dann tut das auf jeden Fall. Denkt dran, Instagram und Twitter auszuchecken, um immer bei Deathless Zuschauer dabei zu... Deathless... Ja, das war richtig. Okay. Deathless Zuschauer. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, Leute. Ich hatte ja zwei Wochen Pause von YouTube und so ein Zeugs. Sie haben auf jeden Fall gut getan. Tut es auf jeden Fall auch mal, zwei Wochen abschalten. Aber jetzt geht es auf jeden Fall Action weiter. Auf meinen Such gibt es Action weiter. Auf YouTube geht es Action weiter. ist auf jeden Fall alles deutsch, was ich gerade labere. Rotzi, ich hoffe, es hat dir gefallen. Lasst einen Daumen runter und haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Boom, boom. Yo, Floix. Yo, Rotzi. Da hab ich in deine Fell. Natürlich. Da hab ich in deine Fell.